Ja, das Rennen wird gut ausgehen. Der Manni ist der Taktiker, aber der Uwe ist der Wilde, der Übertriebene. Meistens wird der Uwe gewinnen, aber wird auch viel Blödsinn machen. Manni wird die bessere Figur machen, also haben die alle beide gewonnen. Sieg ist egal, die Freude. Viel Glück dann gleich. Ey, hau nicht auf, da bringt Glück, wenn wir auf den Kopf kommen. Ja, ich hau dich auch noch auf den Kopf. Aber wir haben eine ganz dumme Frage an dir. Dann gib sie mir mal. Lass es mir jetzt erklären. Alle beide erklären. In einem Auto, wie das in Automatik, habe ich einen Wählhöbel. In einem Schaltgetriebe habe ich einen Schalthöbel. Ich schalte bei dem Schaltgetriebe die Gänge reinschalten. Und bei Automatik wähle ich die Stufe D, Stufe N, Stufe Neutral, Rückwärtsgang wähle ich. Aber du schaltest ihn auch. Wenn du nicht schalten tust, kannst du nicht. Das ist eine Wahlstufe. Aber genauso, wenn du nicht anpackst zum Schalten, geht das ja nicht mehr. Ist aber ein Wahlhöbel. Er fliegt nicht alleine rein. So, Jungs. Ich hab den Beweis, wenn du willst. So, Jungs. Ja. Ich bin ein Mensch, der was etwas nachgibt. Das bedeutet, dass ihr alle beide Recht habt. Ja. Das geht doch gar nicht. Das geht und ich hab meinen Frieden. Dann komm, wir gehen rein dann lieber. Ist das nicht gut, Jungs? Das ist gut. Jungs, alle beide haben Recht und ich hab meine Ruhe. Kommt. Kein Problem. Dann machen wir erst mal. Das steht ja. Aber was würdest du machen, Jungs? Kommt. Ach, Peter, bist du schon so ein Held. Ach, du bist auch so ein Held. Du hast zwar gut geschlagen, aber hast trotzdem verloren. Ja, ja. Aber du hast betrogen. Betrüger, betrüger, faules Ei. Aber, Jungs. Ja? Wollen wir ganz ehrlich sagen. Alle haben gewonnen. Indem, genau. Wer hat die Intelligenz, dass er das mal gut trügt. Ja, betrüger. So, Jungs, aber ihr habt die ganze Eierlauferei satt allmählich. Ich hab jetzt so Hunger gekriegt. Auf was? Uwe, ich hab nicht gesehen, wer gewonnen hat. Das war ein Durcheinander gewesen. Ihr seid alle Gewinner. Richtig. Ihr vier habt gewonnen. Ja. Alle vier. Das hört man immer an der Lade. Das bin ich ja mal gespannt. Aber die zweite war nicht schlecht. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Boah, das ging. Alles fast gleich. Praktikamente. Ja, wie fast gleich? Wer denn jetzt? Ach, die eine Sekunde, was der Uwe mehr hatte. Wie eine Sekunde? Oh, er hat eine Kunde hingekriegt. Gerade eine mehr. Das ist nicht viel. Aber du fährst mit dem Knug in den Kopf. Da brauchst du nicht mehr messen. Du bist gut. Was hat er vor? Testen wir mal. Wir testen. So ganz einfach. Wir haben die Diesel 90 PS. Da oben eine CD. Ja. Er hat mir versprochen, eine Torte zu machen und zu schenken, wenn er verliert. Wenn ich nicht verliere. Ja. Krieg ich auch was bei dir ab? Du kriegst so ab. Gut. Auch wenn ich verliere. Er hat die Torte von mir geschenkt. Und ich esse die ganz alleine. Aha. Er ist ganz alleine so ein kleines Stück und wir essen die ganze Torte alleine. Nee, 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 nee. Komm hoch jetzt. Dann habe ich hier. Guck mal. Hier meine Torte. Du bist ein Diesel. Hier mein Diesel-Törtchen. Ich bin mal gespannt. Die Torte, Peter, musst du rausrücken. Du. Du. Bevor die Torte und alles angegangen wird. Ja. Werden erstmal die Ecken da wo die Regale gemacht. Werden macht die für den Show schon nicht dreckig. Ganz dreckig, Mann. Jetzt habe ich auch einen Spielplatz. Ja. Für morgen. Jetzt ist er Feierabend, Jungs. Ja. Ich weiß was er meint. Ja. Zwei Kopf, Kopf. Ja. Den Dreier, den TTI. Den TTI. Den TTI. Und ich kriege meine Torte. Egal ob ich gewinne oder verliere. Das ist doch nicht auf Dokumenten. Manometer. Wenn ich nicht gewinne, verliere, ich gebe gerne aus. Aber hier. Ja. Die Torte. Obst du gewinnt? Vielleicht gewinne ich ja. Vielleicht gewinne ich ja. Ich habe immer eine Torte. Wir gehen mal langsam. Wir haben euch gut geschafft. Heute Heiftart. Der Schwarze Golf hat schon mal der Diesel einen Punkt gewonnen. Der Rote hat noch keinen. Das bedeutet hier, Jungs, schon einen Schritt weiter für meine Torte. Guck hier. Schau mal an. Torte. Nichts Torte. Na, Fred? Nein, komm, komm. Nicht aufreden. Es gibt keinen Verlierer. Nein. Nein. Ihr seid alle drei Gewinner. So ist es. Wir drei. Wir sind eine Familie. So ist es. In Olympia. Eine Disziplin ist so, dass es nicht hier Streit ist. Oder dass ein Scheiß einen Meter früher oder ein Meter später ankommt. Richtig. Ist uns schon egal. Haufte, er spielt mit. Richtig. 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 Richtig.